Warnung! Die Stunts in diesem Film wurden von Professionellen gemacht. Also für eure Sicherheit und die Unterstützung von euch, probiere nicht auf die Stunts, die ihr zu sehen. Das ist der Hannes. Moin! Ich treibe hier rum mit dem... Mit dem? Mit den zwei Massen. Mit den Black-out-Massen. Mit den Black-out-Massen. Genau. Ich habe zwei Massen. Und ich muss gerade noch das Helle einsammeln. Der Hannes sucht gerade das Helle. Da drüben ist nämlich das Dunkle. Das wollen wir gleich mal testen für euch. Das hatte Hannes damals nämlich mitgebracht. Die Stimme ist immer noch kaputt. Aber erstmal wollen wir euch was zeigen. Und zwar da drüben. Das hier ist der Farbenbauerbrunn. Der Farbenbauerbrunn ist genau die Entspannung, die ihr braucht im Sommer. Weil ihr könnt euch einfach reinlegen. Alles ist im Wasser bis auf den Kopf. Ihr könnt die Füße hochlegen. Ausstrecken. Und es stört euch niemand. Keiner ist da. Ihr belästigt niemanden. Alles ist richtig gut. Das ist wie gesagt jetzt hier die Black-out-Massen. Ja. Gehen wir noch mal einen Humpen hier. Deinen Humpen. Jawohl. Gehen wir noch mal Prost. Prost auf den Humpen. Die haben wir nämlich vorhin getestet. Heute ist nämlich der letzte Tag, wo der Hannes da war. Da haben wir die Black-out-Mars noch getestet und die Pfeffi-Mars. Ja. Aber das eigentliche Video soll gleich um die D-Max Biere gehen. Kennt ihr D-Max? Das ist ja eigentlich so ein Fernsehsender, ne? Ja. Aber D-Max, die haben auch zwei Biere auf den Markt gebracht. Ein helles und ein dunkles. Das hat der Hannes gesehen. Hat mir das mitgebracht bzw. geschickt. Ja. Und jetzt ist er selber da. Er hat sich hinterher geschickt. Das wollen wir gleich mal testen. Genau. Aber vorher müssen wir uns immer kurz eintunken. Weil die Sonne so knallt, dass der Kopf trocken wird. Also noch mal kurz nass machen. Jetzt müssen wir mal kurz die Dinger wegstellen. Gut. Du hast dein Glas in der Hand gehabt. Wie ein echter Ranger. So. Da muss der Ramse sich auch noch eintunken. Der tut mal so einen Kopf da unter das Wasser rein tun. Und dann kommen wir gleich wieder zurück. Ich bin ja immer noch hier. Ich dachte die ganze Zeit, ich schwimme weg. Weil irgendwie das Geblätscher an meinem Fuß wurde immer mehr und immer lauter. Ich habe gedacht, ich drifte einfach ab. Junge. Guck dir das mal an hier hinten. Das ist die Brille mit dem Käppi. Die hält Ausschau. Wenn irgendwas passiert, irgendwas Verdächtiges ist, dann sagt ihr uns Bescheid. Der Hannes stellt am besten jetzt mal seinen Mars-Bug oben ab. Und dann nehmen wir mal kurz die Biere, die wir testen wollen. Nehmen wir mal kurz das Schwarze. Das sind die zwei Biere, die wir testen wollen. Das ist der Hannes. Das ist das D-Max. Abenteuer ist dein Bier. Offroad hell. Ihr seht ja auch. Da ist der Sonnenuntergang. Das ist orange. Da ist dieser Offroad Wagen. Offroad hell. Helles Lager. Und wir haben Abenteuer ist dein Bier. Alaska Black Schwarzbier mit einem Schiff auf dem Ozean. Vom Design her richtig genial. Ich glaube, das taugt ein Ramon besser und das ist meins. Das ist meins. Dann testen wir zuerst mal ein Ramon seins. Genau. Ich bin mehr für das Wasser. Magst du noch mal kurz halten? Ja natürlich. Was man aufmachen kann. Die sehen auch sehr edel aus. Weil hier oben ist auch einfach so ein goldener Bibbus drauf. Jetzt sehe ich aus wie Dean Ambrose. Guck. Den machen wir mal auf. Jawoll. Das ganze, wir haben es gar nicht gesagt, oder? Das hat 4,8 Prozent. Nehmen wir mal kurz einen Schluck. Das schäumt auch direkt. Offroad hell, helles Lager. Also schmeckt auf jeden Fall nicht bitter. Hannes, magst du einen Schluck? Ja sicher. Du kennst es ja, oder? Ja, das kenne ich. Also ist nicht herb, ist nicht bitter. Fühlt sich sehr leicht an. Kann man trinken. Ich mag es sehr gerne. Ich liebe es. Das ist gut, das ist wirklich gut. Da ist wieder der Kurt. Der Hannes, der trinkt immer die Coeur de Villea. Deswegen hat er da nichts mehr. Ja, das ist immer gut. Ich weiß was Coeur ist. Und ist das herb jetzt, oder was? Das ist herb. Das ist herb. Das ist herb. Das ist nix für mich, oder was? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, dass es herb ist. Ich habe es selber noch nicht probiert. Aber das habe ich zum Problem. Wie teuer ist denn so eine Dose? Ich glaube 89 Cent hat die gekostet. Das geht ja noch. Ich habe jetzt mit über 1 Euro gerechnet. Ein anderes helles aus der Dose kostet auch so 80, 90 Cent. Aber nur bei Edeka. Nur bei Edeka. Sonst gibt es nichts mehr. Dann kannst du auch so ein helles trinken. Und kannst es angeben im Freundeskreis. Anstatt die billigen Dosen. So. Halten sie nochmal kurz den Pimbus. Ja, aber eh klar. Wir haben jetzt hier das Alaska Black. Ja. Guck wie das schmeckt. Heute Abend ist noch chill mit Ramses. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir haben schon den Döner vom Dönerlutz probiert. Warte mal. Warte mal. Moment. Nur ein Schwenkmal darüber. Ein Schwenkmal darüber. Ein Schwenkmal darüber. Ein Schwenkmal darüber. Einfach kurz das probieren und es ist. Wie sympathisch. Ich würde gar nicht sagen, dass das bitter ist oder herb. Aber das hat so eine spezielle Note. Okay. Aber für mich ist es halt einmal. Ich glaube, das ist was Malziges. Eine malzige Note, die man merkt im Abgang. Also die so danach kommt. So eine malzige Note da auf einmal. Ja. Aber so richtig herb oder bitter ist das nicht. Das Ur-Kröstritzer vom Käse. Das war richtig. Da hat sich mir alles verzorgen. Ja, das stimmt. Aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Deswegen, ich würde sagen, man kann beide gut trinken. Wäre das nicht was für dein Onkel hier? Das hier? Das Schwarzbier? Beides. Beide, okay. Eigentlich keins von beiden, aber wir sagen einfach mal beides. Beides ist okay. Ich feiere das Design. Ich finde, der Preis ist vollkommen in Ordnung dafür, dass es so etwas Besonderes ist. Und ich finde, es schmeckt beides. Deswegen, danke Hannes. Bitte gern immer wieder. Das war ein super Bier. Das war ein Bier-Tasting. Da ist gerade der Krankenwagen vorbeigefahren. Wir lassen uns jetzt noch gut gehen am letzten Tag, wo der Hannes da ist. Ja. Nochmal ein bisschen abkühlen. Nochmal hier die Blackout Wars austrinken. Die Demox-Bier-Oars trinken. Und dann sehen wir uns irgendwann wieder. Heute Abend bei Chillen mit Ramse sehen wir uns wieder. Ja, aber das Video kommt ja wahrscheinlich irgendwann Samstag Nacht. Und da gibt es kein heute Abend. Ja und, aber... Ja, gut. Aber danach in den Folgen... Auch noch morgen. Schön mit Ramse. Genau, richtig. Und das ist der Turm vom Käse. Wenn ihr da auch mal draufklettern wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten Peace out, Vorhaut. Euer Ramse. Euer Hannes. Macht es gut. Ciao.